Hallo, wir sind Viktoria und Elias von eTraining und wir zeigen euch heute die dritte Adventschallenge. Auch dieses Mal gibt es wieder eine ganze kostenlose Personal Training Stunde zu gewinnen. So, was ihr dieses Mal macht, zeigt euch heute die Viktoria. Ihr nehmt einmal ein Ei, das legt ihr auf den Boden und setzt euch dann in Sit-Up-Position vor das Ei, beziehungsweise über das Ei, sodass wenn ihr jetzt nach unten gehen würdet, das Ei zwischen euren Schulterblättern ist. Dann geht ihr nach unten, soweit es geht, aber ihr dürft das Ei natürlich nicht zerdrücken dabei und geht dann wieder nach oben und macht dann so viele Sit-Ups wie möglich in 50 Sekunden. Das Video teilt ihr dann in eurer Story, markiert uns und drei weitere Freunde. Dann wünschen wir euch viel Glück.